Warte, was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sage Bescheid, was ich finde. Sie ist scharf aus. Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich seh mich nach ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuch rauszufinden, von wem sie stammen. Nichts geht über Klassiker. Du hast sicher eine dunkle Vergangenheit. Hey, ich hab was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Briten angepingt. Der Markt anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots. Immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Du siehst schon kehren gut aus. Oh, der hier hat sogar einen Rucksack. Du siehst echt glänzend aus. Du erinnerst mich an eine tolle Spinne, die ich kenne. Echt coole Farbpalette. Warum ist mir das nicht eingefallen? In einem anderen Leben hätte ich das auch tragen können. Hey, kleiner Freund. Ich hab hier den kleinsten Gift der Welt bestellt. Hey, ich hab Neuigkeiten über unsere mysteriösen Bots. Dieser fremde Ping kommt von weit her. Also, wir reden von Millionen von Meilen. Etwa aus dem All? Nein, wahrscheinlich... Schleiern Sie Ihren Standkampf dazu. Ja, ich glaube, mit nur ein paar mehr Bots finde ich den Ursprung. Wer immer das ist... Ich will Ihnen die Hand schütteln. Wir haben es hier wohl mit einem Prowler zu tun. Ich glaube, dass wir die Hand sch't verstehen müssen. Das ist schwierig. Zum Glück. Er ist vor dem Schlag. Der Sinn wird folgen. Drei mal Sicherheit. Der Sinn ist erst 사랑 darin. Der Sinn wird drowning. Du bist echt süß! Sind das etwa Herzchen-Augen? Hm, dieser hier gefällt mir irgendwie nicht. Wie mysteriös. Du kommst mit mir. Ich zieh dir diese Schnauze an. Okay, ich hab den fremden Ping entschlüsselt. Sie verwenden denselben Code und dieselbe Frequenz wie wir. Hat jemand unsere Technologie geklaut? Unmöglich. Wir halten sie unter Verschluss. Bist du sicher? Ich meine, falls es nicht noch einen Spider-Man da draußen gibt, aber... Ich suche weiter, aber ich brauch noch Bots, um die Sache zu knacken. Ich bin der Schnauze ein. Du kommst mit mir. Wunderscheid. Ich kann nicht mehr Leute kommen. Ich bin der Schnauze, der Schnauze ist nicht mehr so schnell zu knacken. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Ich bin der Schnauze. Den zieh ich lieber aus dem Verkehr. Wärst du kein Roboter, wärst du sicher giftig. Hab dich. Ist das Jonah? Parker, lass mich runter! Parker! Als würde man in den Spiegel blicken. Erschreckt mich doch nicht so! Ganz im Ernst? Der ist süß! Hey, ich hab ne Nachricht vom mysteriösen Bot-Tracker. Worum geht es? Weiß ich noch nicht. Sie verwenden eine seltsame Syntax und der Code ist unvollständig. Ich schaff das schon. Aber ich brauch noch einen Eiskaffee. Und einen Blaubeermuffin. Hey, kleine Freund. Du liegst in der Zukunft. Hallo, Sir. Sorry. Wenn ich Kalium brauche, ist Spider-Bot sofort zur Stelle. Hey, hey, hey! Mit einem Kampfgewicht von ein paar Gramm von, wer weiß wo, Spider-Bot! Die Spider-Bots säubern die Stadt von innen heraus. Oh, du siehst aber echt teuer aus. Spider-Bot, Spider-Bot, warum bist du Spider-Bot? Spider-Arme. Wie standen wir Wasser, Kumpel? Schwarz scheint, dass du heil schwarz zu sein. Keine Ahnung warum, aber ich liebe diesen Spider-Bot. Hab dich! Mach super sein, aber du siehst aus wie ein Freund von mir. Das nenne ich ein Steelsicherer-Spider-Bot. Das nenne ich ein Steelsicherer-Spider-Bot. Aber ich hab eine Dekodier-Tabelle entwickelt, was ein echter Geniestreich war. Toll, Genki. Wie lautet die Nachricht denn? Es ist eine Adresse. Offenbar eine alte U-Bahn-Station, die seit den 80ern nicht mehr genutzt wird. Ob das eine Falle ist? Nein, nach Falle sieht das nicht aus. Wonach sieht's sonst aus? Ah, keine Ahnung. Genau das macht mir Angst. Genki, siehst du das? Alter, was ist hier los? Seht nur, ein Superheld. Wir sind gerettet. Äh, hi. Wer bist du? Ich? Ich bin nur ein Barkeeper, der den Leuten dann und wann mal einen Gefallen tot. Und ich weiß, dass aggressive Spider-Bots gefährlich sind. Und schlecht fürs Geschäft. Ich nehme sie dir mal ab. Wow! Danke, Spider-Man. Wir können immer darauf zählen, dass du das Richtige tust. Äh, gern geschehen? Und wenn Miguel danach sucht, sag ihm. Wer's findet, darf's behalten. Warte, erst Miguel. Was zur Hölle war das? Das wüsste ich auch gern. Was zur Hölle war das? Untertitelung des ZDF, 2020